Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich die AEG L8TEA 80560 Waschmaschine. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen! Die AEG Waschmaschinen der Serie 8000 verwenden die einzigartige Ökomix-Technologie, um Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vorzumischen und gleichmäßig auf deiner Kleidung zu verteilen. Aktivierende Waschkraft bereits bei 30 Grad Celsius für überragende Waschergebnisse in nur 59 Minuten. Ökomix – effektives Vormischen Die einzigartige Ökomix-Technologie mischt Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vor und verteilt es gleichmäßig auf deiner Kleidung. Aktivierende Waschkraft für überragende Waschergebnisse bereits bei energiesparenden 30 Grad Celsius. Ökopower-Programm – vollständige Fleckentfernung in nur 59 Minuten bei nur 30 Grad Celsius. Das Ökopower-Programm entfernt Flecken vollständig bei 30 Grad Celsius in nur 59 Minuten. Es stellt sicher, dass das Waschmittel jede Faser erreicht, sodass dieser kurze Waschzyklus mit einer Beladung von bis zu 3 Kilogramm bei 30 Grad Celsius genauso effektiv ist wie ein langer und Flecken rückstandslos entfernt werden. Pro-Steam – auffrischen statt waschen Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die Pro-Steam-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen ca. 48 Liter Wasser gegenüber einem Schonwaschgang, was einfach nachhaltiger ist. Auch nach einem Waschgang kann die Dampffunktion dabei helfen, den Bügelaufwand zu minimieren. Warum also mit alten Standards zufriedengeben, wenn es besser geht? Pro-Sense Mengenautomatik – spart Wasser, Energie und Zeit Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung. Soft-Opening-System – Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Top-Laders entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System. Zeitsparen-Option – spart Zeit und Strom Mit der Zeitsparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal, wenn es mal schnell gehen soll. Kurze mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung. Öko-Inverter-Motor – effizient, leise und langlebig Der Öko-Inverter-Motor für kompromisslose Leistung sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motorgarantie. AquaControl – Sicherheit vor Wasserschäden Das AquaControl-System mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die AquaAlarm-Funktion informiert akustisch über eine Störung. Selbst bei abgeschaltetem Gerät pumpt die Maschine angesammeltes Wasser aus der Trommel. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Ein Gardinenprogramm hat es nicht. Die Maschine ist recht laut. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Optisch gelungen. Einfach zu bedienen. Platzsparend. Programmvielfalt mit Zusatzoptionen sehr gut. Übersichtliches Display. Ruhiger Lauf. Wasser- und Stromverbrauch sehr sparsam. Das war mein Testbericht zur AEG L8 TEA 80560 Waschmaschine. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017